Musik Marino Marini prägte als Bildhauer, Maler und Grafiker die Kunst der Moderne maßgeblich und gilt neben Alberto Giacometti und Henry Moore als einer der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Bereits mit 16 Jahren begann er sein Kunststudium und übernahm im Alter von 28 seinen ersten Lehrstuhl. Sein Lebenswerk wird in Italien mit eigenen Museen gewürdigt. Zu dem zentralen Bildthema Marinis gehört das Sujet von Pferd und Reiter, das ihn über Jahrzehnte faszinierte. Die frühesten Arbeiten zeigen sie als harmonische, fein ausgearbeitete Einheit, in denen die eckigen, kubischen Formen beider Körper miteinander verschmelzen. Die Erfahrungen des Krieges aber verändern Marinis Hauptsujet. In seinem Spätwerk entwickelte er einen expressiveren und beinahe abstrakteren, bildhaften Ausdruck. So wird sein Motiv zur Zeitdiagnose und nicht zuletzt zum Aufruf, sich gegen das drohende Unheil seiner Zeit zu stemmen. Seine Interpretation des Themas ist dabei weit weniger heroisch, als man es in der Kunstgeschichte von vielen Reiterbildern gewohnt ist. Auch in dieser Skulptur mit dem Titel »Kleiner Reiter« aus dem Jahr 1947 wählte Marini eine eher untypische Darstellung. Hier legte er mehr Wert auf einen individuellen Ausdruck, als auf eine realistische Darstellung von Ross und Reiter. Geradezu surrealistisch wirken die dünnen Beine des Pferdes oder der nur stilisiert dargestellte Körper des Reiters. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Backsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand patiniert und poliert. Die limitierte Auflage von 150 Exemplaren entstand in enger Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Bremen und ist exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Die limitierte Auflage von der Kunsthalle Bremen und ist exklusiv bei Ars Mundi erhältlich.